Ja Leute, hier ist die Kraft.HT und heute schauen wir mal wo ich bin. Im geilsten Park der Welt. Oh mein Gott. Boah ey. Der ist wirklich gut hier für den Park. Hier steht ein Eilakon E70 und noch die ältere E70 mit den anderen Leckern. E82. Das ist die E70. Das ist eine E82. Das ist ja auch eine E105. Das sind ja die E112. Und ja, da hätten wir es auch noch für die E82. Und ja, die ist neu. So kann ich auch noch mal spielen. Ja, mit E112. Ich bin schon 10 Jahre dort. Na gut. Ja, das wüsste nächstes Mal, ne. Ciao. Ja.